Kann die internationale Gemeinschaft etwas hier machen, um das Problem zu lösen? Das nächste Mal, sie müsste dringend etwas machen, denn es kann nicht sein, dass wir Demokratie in die ganze Welt exportieren wollen und in unseren eigenen Haus, das den Volkswillen der Erde mit Füßen drehen. Wir hätten etwas zu machen, aber es kann nicht sein, dass wir die Demokratie in der ganzen Welt exportieren wollen, aber in unserer eigenen Haus können wir das.